Hallöchen! Wir drei haben uns hier auf dem Leipziger Rohkost-Potluck zusammengefunden und vielleicht sagen wir kurz jeder ein, zwei Sätze über uns selbst, falls das auf einem Kanal läuft, wo der andere den anderen noch nicht kennt. Das ist eine gute Idee. Magst du anfangen? Genau, also mein Name ist Silke. Ich beschäftige mich schon ganz lange mit gesunder Ernährung und Fasten und habe auch einen YouTube-Kanal. Wie heißt der? Silke Leopold, so genauso wie ich. Ich dachte, ich mache es mal ganz einfach und kreativ. Mein Kanal gibt es schon seit über vier Jahren und hauptsächlich geht es um Rohkost, Ernährung, Gesundheit, Fasten, auch Minimalismus, Wildkräuter ist auch ein wichtiges Thema von mir. Ich bin Kathi. Mir kommt dann immer so dieser Satz, so automatisch bin High-Praktikerin, aber da bin ich gerade in so einer neuen Findungsphase. Mein YouTube-Kanal heißt natürlich gesund, also ich bin Kathi Madja und ich beschäftige mich auch mit Gesundheit. Ich komme mehr so aus der Richtung Psychosomatik, also die Krankheiten einfach zu schauen, was steckt dahinter und alternative Methoden sozusagen und kommen quasi immer mehr zu diesem natürlichen Weg, wo halt jetzt die Ernährung auch dazugekommen ist. Also bei mir war es quasi so ein bisschen umgekehrt, dass ich erst die Psyche, irgendwie so das Mindset entwickelt habe und dann habe ich gemerkt, ah, über die Ernährung kann man auch noch viel machen und deswegen geht es jetzt halt auch immer mehr um Ernährung und aber ansonsten schaut einfach mal vorbei. Ich freue mich, wenn ihr da mal rein stöbert in die Videos. Ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Wie heißt der? Genau, Rawletics heißt der? Genau, und da geht es um ganzheitliche Gesundheit, viel um Rohkost, Ernährung, Körperreinigen und auch der Geist dazu eben. Es ist halt einfach alles verbunden und ja, das geht einfach miteinander her. So Psyche und Körperreinigen, das bedingt sich aneinander und darum geht es auf dem Kanal. Genau, und eigentlich wollten wir jetzt mit, oder nicht eigentlich, sondern wir wollen jetzt mit euch ein bisschen über Gemeinschaft und wie das so ist, wenn man zusammenkommt und warum wir das überhaupt machen, warum treffen wir uns hier regelmäßig in Leipzig oder mittlerweile gibt es ja auch an vielen anderen Orten, Potlucks und ja, und da haben wir gemerkt, das ist etwas, was wir gerne teilen möchten, um euch vielleicht selber auch auf die Idee zu bringen, euch zu vernetzen. Vielleicht hockt ihr da noch irgendwo alleine oder seht immer nur YouTube-Videos und das Schöne ist ja irgendwie, das dann in der Realität zu erleben und dann zu merken, so boah, denen geht es genauso wie mir und dann zu merken, okay, ich bin kein Alien und sondern da gibt es noch andere, die auf diesem Weg unterwegs sind und ja, und da haben sich diese Potlucks halt immer weiterentwickelt und vielleicht magst du mal so ein bisschen die Geschichte hier von dem Leipziger Potluck erzählen, weil das ist ja echt schon ein Urgestein quasi in der Potluck-Szene. Also ich habe 2012 meine Ernährung auf Hochkost umgestellt und habe da erst mal so von mich hin experimentiert, ich hatte ja früher schon immer mal so Hochkostphasen dafür gelesen und mich im Internet eben mit Leuten ausgetauscht und dann habe ich irgendwann auch herausgefunden, dass es hier in Leipzig auch einen kleinen Potluck gibt und ein ganz kleines Treffen, das war in unserem Hochhaus und einem Happy Hobby-Raum. Wir waren auch immer maximal zehn Leute, zwölf Leute und das war okay, aber ich habe mir dann irgendwann vorgestellt, ich möchte gerne einen Grünen nicht treffen, also auch viel mehr Menschen anziehen. Da hatte ich auch schon Youtube gemacht und konnte mir vorstellen, dass ich da auch ein paar Leute ansprechen kann, anziehen kann, die meine Videos gucken und einfach Lust haben nach Leipzig zu kommen, dass man sich hier eben treffen und austauschen kann Und ich wollte auch gerne, dass Kinder kommen können. Ich habe ja selber auch zwei Jungs. Und mit Wildkräuter sammeln wollte ich das gerne verbinden. Und dann, genau, dann hatte ich im April vor zwei Jahren den Aufruf gestartet auf YouTube. Und ja, tatsächlich. Und dann auf Facebook, wie das so ist, auf Social Media einfach das mal ein bisschen geteilt. Und so startete das. Dann habe ich auch den Christian von Raw Spirit kennengelernt. Der hat zufällig mein Video gesehen. Ich meinte, was, du kommst aus Leipzig, dann komm ich auch. Und ich dachte, okay. Da war Christian ja noch ganz anders als heute. Er hat eine unglaubliche Transformation. Nee, du bist gar nicht. Christian checkt, glaube ich. Er hat so eine unglaubliche Transformation, auch durch den Potlark, durch die Menschen, die er hier kennengelernt hat. Man muss das wirklich sagen. Wir haben ihn am Anfang, wo man ihn da so sieht. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Ich war ja mit dem ersten auch. Ja, genau. Und dann hatten wir auch den, das war im April 2015, und dann haben wir uns auch hier, also gleich hier. Das war diesmal hier. Wir haben uns genau hier getroffen. Dann waren wir so 30 Leute. Und das war schon erst mal fantastisch. Alle sind so hochmotiviert und begeistert hergekommen, haben ihre Rohköstlichkeiten mit viel Liebe kreiert, eben mit auf die Decke gestellt. Und wir waren alle so begeistert. Und auch heute sind einige da, die damals das erste Mal da waren. Die sind schon seit über zwei Jahren regelmäßig dabei. Und es hat sich einfach so eine wunderbare Dynamik entwickelt. Und ich glaube, zu Hochzeiten waren wir mal 70 Leute. 70 interessierte Menschen sind auch nicht alles Rohköstler. Es sind einfach Menschen, die meistens vegan oder vegetarisch leben, mit einem hohen Rohkostanteil, die einfach mal reinschnuppern wollen, die dann die YouTube-Videos sehen. Der Christian und ich, wir machen auch regelmäßig dann Videos von dem Treffen. Und viele fühlen sich von dieser Atmosphäre, die da so rüberkommen, so angezogen, und wollen da einfach auch mal dabei sein. Und es ist einfach so schön, weil man trifft, es sind auch wirklich immer verschiedene Menschen da. Es gibt schon so ein Basics, so ein Stamm, der immer da ist. Und es kommen Menschen von überall her. Und man kann immer jemanden finden, mit dem man sich über seine Themen austauschen kann. Und das finde ich einfach so wertvoll, dass Menschen, die vielleicht auch sich noch nicht so trauen, in die Rohkost heranzugehen oder zu fasten oder so, und die gehen dann total motiviert von hier wieder nach Hause und sagen, oh, ich bin jetzt total motiviert, mehr Rohkost zu essen. Und ich will jetzt auch wilde Kräuter sammeln. Und ich will jetzt das auch mal mit dem Fasten angehen. Und es ist einfach so schön, auch das Feedback immer zu bekommen. Und ja, es ist einfach wunderschön, wie sich das so entwickelt hat. Und was ich ja vor allem so schön finde, dass sich das jetzt langsam auf ganz Deutschland, dass sich das jetzt so viel mehr ausbreitet. Das habe ich auch immer, Christian und ich, wir haben dann auch immer bei unseren Resümes in diesen Podluck-Videos gesagt, wir wünschen uns, dass das überall in Deutschland möglich ist, dass es solche Treffen gibt, dass die Menschen, ich meine, ich verstehe auch, dass die Menschen ganz im Norden oder ganz im Westen, dass die nicht, dass es für sie ein bisschen schwierig ist, umzusetzen, hierher zu kommen. Nicht jeder kann es in Kauf nehmen, sechs Stunden zu fahren. Aber trotzdem kommen die Leute ja unglaublich weit hergeräst. Ich bin jetzt aus Würzburg auch so, wenn Monika heute früher irgendwie... Genau, und aus Düsseldorf, aus Düsseldorf, die sind sechs Stunden fahren hierher. Einer ist aus Wien. Einer aus Wien, die längste. Genau, und sonst war auch Hamburg und alles irgendwie mit dabei, so jede Richtung. Ja, genau. Und es ist einfach so schön, aber ich finde es wirklich schön, wenn das so flächendeckt in ganz Deutschland, in den größeren Städten oder auch kleineren Städten, die Menschen sich einfach vernetzen. Und es ist einfach so ein großer Gewinn, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Das ist nochmal so eine ganz andere Energie. Und auch, es geht halt auch nicht nur um Essen. Das wird dann irgendwann zweitrangig. Man bespricht dann auch andere Themen. Das ist einfach so schön. Man macht Yoga zusammen oder Meditation, wie die Kathi, die heute durch Meditation geführt hat. Und es ist einfach so schön, wie sich das so entwickelt. Oder jemand hat heute so eine Liege mitgehabt, so wie heißt das, so Klang, und er hatte da so Seidengespannt und Klangmassage. Und es war so fantastisch. Oder letztes Jahr hat auch immer eine Portrackteilnehmerin eine Liegemassage mit ein, zwei Mal mit uns massiert. Und sowas, oder Musik, es wird Musik gemacht. Wie hat jemand eine Gitarre dabei oder Didgeridoo oder sowas. Und dann wird zusammen musiziert oder Mantras gesungen. Und es ist so schön, wie sich das so entwickelt hat. Von einem ganz einfachen, kommt, lasst uns mal zusammensitzen, Rohkost essen und ein bisschen gratschen. Das ist dann, dass man vor allem auch den ganzen Tag zusammen verbringt. Von um 11 bis 20 Uhr. Manche gehen dann auch noch zum Freitanz. Die sind dann bis morgens um drei noch unterwegs. Und es ist einfach, hat sich so wirklich so eine schöne Gemeinschaft. Freundschaften auch entwickelt in den letzten zwei Jahren. Ja, ich muss auch sagen, es ist unglaublich, was sich da in letzter Zeit auch zusammentut. Auch jetzt so in Würzburg, letzter Potluck, waren auch voll viel auch von weit angereist. Und dann einfach das, also es war auch, wo ich das erste Mal auf so einem Potluck bin. Das erste Mal bin ich dann in Würzburg auf dem Potluck und das war halt echt so mal eine nächste Stufe. Also wenn ich, vorher habe ich so Rohkost für mich allein gemacht. Und das war wirklich so, das war dann schwer und anstrengend. Und wenn man dann das erste Mal so, das ist halt wie das nächste Level. So du siehst mal, ja, dem anderen geht es genauso. Und du kannst dich da austauschen. Und das, das gibt dem anderen Ganzen so eine andere Dynamik einfach. Also es ist ein Weltenunterschied. Und ich finde schön, was du auch schon angesprochen hast, dass ich halt über die Zeit jetzt so sozusagen das auch über die Rohkost hinaus sich weiterentwickelt hat. So, dass da immer mehr so in ihre Kraft kommen und sich austauschen und dann irgendwie jetzt hier so Angebote entstehen. Oder, dass man was miteinander teilen will, was mir jetzt zum Beispiel wichtig ist oder so. Dass ich heute irgendwie gesagt habe, ich möchte gerne Meditation machen. Weil ich dachte so, ja, hier sind die richtigen Leute, die das interessieren könnte. Und das war für mich wirklich sehr, also ich war überwältigt so. Weil ich dachte, ich habe das so in die Gruppe reingeschrieben und dachte irgendwie, okay, dann sitze ich da mit acht Leuten. Und wir waren irgendwie fast 30 Menschen, die da im Kreis saßen und die haben halt zusammen meditiert. Und das ist eine ganz andere Kraft, als wenn man das alleine macht. Und genauso halt dann mit dem Essen auch so, ob man jetzt, wie du gesagt hast, alleine irgendwie das zu Hause im stillen Kämmerlein macht oder teilt miteinander. Und, aber wie gesagt, also es geht halt auch darüber hinaus. Und das finde ich voll schön, dass da auch, jetzt, ich bin ja auch fast vom Anfang an dabei in Leipzig gewesen. Und wie sich das entwickelt hat, dass da auch Menschen immer wiederkommen und Freundschaften entstanden sind und man tiefe Gespräche einfach führen kann. Weil die, das habe ich zum Beispiel jetzt auch überlegt bei der Meditation, das ging so unglaublich tief für ganz viele Menschen, also mit denen ich jetzt gesprochen habe. Und das ist, glaube ich, daran auch liegt, dass halt viele schon so auf so einem bewussten Weg sind und da einfach viel offener dann für sind, als wenn man, als wenn ich jetzt mit Leuten, die da gar nicht irgendwie, noch gar nichts mit gemacht hätten oder so. Und mit, ja, mit ihrer geistigen Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung und so. Ich habe es gerade mit Minge irgendwie gehabt, so, ich stehe einfach, oder wir stehen beide so auf so tiefe Gespräche und tiefe Kontakte und es ist hier einfach möglich und schön, so, dass da Menschen sind, denen das auch wichtig ist. Essen, das hat sich ja zum Beispiel auch so gewandelt. Ich dachte auch, ich habe in Würzburg dann das erste Mal mal so ein Fluthangout gemacht, so, wo dann nicht mehr mit Gourmet-Rohkost oder das viel Zubereiten ist. Und die meisten waren wirklich froh drüber, sonst haben sich viele so einen Kopf gemacht, was mache ich denn da und dann muss ich da irgendwie groß auftischen und irgendwie ein tolles Gourmet-Rohkost-Gericht oder so machen. Und so ist es echt, die meisten waren da voll, ja, offen für und fanden das voll gut. Dann können sie einfach vorbeikommen, nehmen wir Früchte mit oder Sprossen und, ja, und dann halt einfach die Gespräche. Also es geht einfach nur darum, sich zu treffen, auszutauschen, so, die Kinder. Vielleicht auch zu schauen, so, ne, also, ich habe jetzt gemerkt, so, dass da einfach immer wieder Menschen dabei sind, die ähnliche Geschichten haben wie ich. Und dann ist es so schön zu merken, dass da andere Menschen sind, denen es ähnlich geht wie mir. Und dass ich da auch so offen dann drüber reden kann und so, das erhöht irgendwie so das Gemeinschaftsgefühl. Und was ich auch immer wieder richtig schön finde, was mir halt damals auch total geholfen hat, dass dadurch, dass es immer so eine gute Durchmischung aus Neuen und Alten Hasen gibt, bleibt alles immer so offen. Also jeder findet total leicht da so ein Einstieg, dass du kannst, also ich kann zu jedem hingehen und irgendwie mich da zu einem Gespräch, also manchmal frage ich dann noch irgendwie, ob die jetzt ein intensives Zweiergespräch führen oder so, ne. Aber eigentlich kann ich mich überall dazustellen und es ist voll schön, so diese Offenheit auch zu spüren und dieses, hey, ich interessiere mich für dich oder da gibt es so eine Basis, eine gemeinsame Basis. Schon. Wollen wir nochmal über einen Retreat erzählen? Ja, genau. Wir haben nämlich was noch geplant, den Sommer nämlich, eigentlich hatten wir ursprünglich geplant, einen Sommerretreat mit so einem kompletten, vollen Programm durchzuziehen. Und da haben wir uns aber einfach gemerkt, dass da, ja, dass das vielen zu viel ist mit diesem ganzen Programm und dass wir da einfach, ja, was Einfacheres für die Leute anbieten möchten, wo sich das dann einfach zu so einem gemeinsamen Sein entwickelt. Und da sind wir jetzt am 22. bis 30. Juli ist es, haben wir ein Ferienhaus eben gemietet und wir wollen da jetzt einfach nur eine gemeinsame, schöne Zeit verbringen, möchten vielleicht einmal am Tag so einen festen Programmpunkt machen. So eine Meditation oder ein kleiner Vortrag oder eine Kräuterwanderung oder so etwas halt, genau. Und das sind eben neun Tage und im Prinzip nur, ja, wollten das jetzt so machen, damit einfach möglichst viele, damit wir eine schöne Gruppe haben. Und dadurch wird es natürlich dann auch günstiger, weil wir das einfach alles eingeschrumpft haben. Genau, also das kostet so. Es ist auch jetzt Selbstversorgung und sind irgendwie für die neun Tage 450 Euro jetzt und weil halt auch die Nachfrage so kam, ey, könnt ihr irgendwas kreieren, was ich mir leisten kann und so. Und da haben wir einfach gemerkt, so, ja, wir haben einfach Lust auf eine große Gruppe oder auf eine schöne Gruppe, die da Lust drauf hat. Und drum, die ersten elf, die sich anmelden, müsst ihr euch bei allen, also spätestens bis zum 18. nächste Woche Sonntag, wollt man dann, ja, Anmeldeschluss und die ersten elf, die halt sich anmelden, sind dabei, so, genau. Und wie gesagt, für, ja, neun Tage gerade mal 450 Euro mit Unterkunft halt, genau. Und vegan, Selbstversorgung, möglichst roh eben, genau. Die genauen Details findet ihr auf der Webseite oder es gibt auch eine Facebook-Veranstaltung, da könnt ihr einfach mal schauen, genau. Ja, und da freuen wir uns einfach drauf, eine schöne Zeit dann mit euch zu verbringen. Ja, das ist schön, eine Tour, es gibt einen Biohof, hast du nämlich sogar rausgesucht, vier Minuten Fußweg. Genau, der können wir uns dann versorgen. Genau, das ist ganz cool. Genau. Ich wollte dich noch fragen, Silke, du warst ja auch bei der Meditation dabei und ich weiß nicht, war das die erste geführte Meditation? Oder hast du schon? Ich habe schon geführte Meditation gemacht. Wie war es so für dich? Also ich mag ja, ich mag ja dieses, ich mag geführte Meditation, weil ich mich, weil ich noch nicht so die Routine, ich mache schon so auch Meditation für mich selber, aber nicht, dass ich so alle Regionen im Körper so abscanne. Das ist, das mal habe ich, jetzt, da brauchte ich immer noch Anleitung, da habe ich jetzt nicht so einen klaren Plan dafür. Und das finde ich immer sehr angenehm, wenn ich geleitet werde. Das war halt auch eine schöne Gruppe, eine schöne Dynamik, so mit so Gleichgesinnten. Und ja, ich war auch danach, ich war ja vorher auf dieser Klangliege und dann bin ich jetzt mit dir zur Meditation, ich war danach so absolut tiefenentspannt. Und ich finde das auch immer sehr schön und das hat mich total motiviert. Doch jetzt mal, du hast ja auch geführte Meditation auf deinem Kanal, dass ich mir das jetzt mal schaue, was du da so hast und dass ich das jetzt öfters mal mache, mich von dir da führen zu lassen. Ja, es gibt eine Playlist auf meinem Kanal, wo du halt die geführten Meditationen oder auch so, ich habe auch so einfach Anleitungen, wie man das machen kann und so. Genau. Ja, ich war auch überwältigt von der Stille, die dann am Ende da war, so im Raum. Also ich wusste irgendwie nicht, muss ich jetzt was machen oder so, weil alle waren so bei sich angekommen. Und das war echt, also auch für mich selbst ein magischer Moment, ich habe schon viele Gruppen angeleitet so, aber das mit so vielen habe ich das glaube ich auch noch nie gemacht und das war echt für mich selber auch ein großes Geschenk. Ja, dann habt ihr noch was zu sagen zum abschließendes Wort oder? Ja, wir können ja sagen, wann der nächste Potluck ist. Ja, also am 5, genau, wieder Samstag, der 15. Juli, wieder ab 11 Uhr im Akra-Park. In Leipzig. Genau, und wer dabei sein will, der schreibt einfach in die Kommentare, wie man genau da hinkommt. Ja, wir können dann mal die Gruppe zur Veranstaltung verlinken. Ja, stimmt. Die habe ich oft gesucht, ja genau. Müsste ich jetzt dann mal gleich eine kreieren. Also über Facebook, wer bei Facebook ist, findet dann eben auch die Veranstaltung. Ja, genau, da wäre nochmal eine, genau, weil es ist ein bisschen schwierig hier im Akra-Park, weil der recht groß ist, es gibt mehrere Zugänge. Schaut euch am besten mal das Video, hast du nicht sogar auch ein Wegbeschreibungsvideo jetzt gemacht? Ja, ich habe eine Wegbeschreibung, weil das einigen so gegangen ist. Und im Video sieht man auch den Baumstamm, wo dann immer das Essen aufgetischt ist, so oder die Früchte und ja, das mal anschauen, dann wisst ihr, wo ihr hin müsst, sucht ein bisschen. Ja, auch in den Potluck-Videos sieht man das ja auch, das sieht man ja, also in den Potluck-Videos generell. Genau, dann macht man einen schönen Spaziergang und dann findet man schon den Ort aus. Genau, da erkennt man dann schon was. Genau. Okay, dann freuen wir uns, wenn ihr mal auf unseren Kanälen vorbeischaut, ob das was für euch ist. Ja. Und es gibt jede Menge Inspirationen, genau, auf jedem Kanal und allgemein euch austauscht und eben zu so einem Treffen hingeht, zu so Veranstaltungen. Oder selber so ein Treffen initiiert. Genau, wenn es noch keins gibt und mittlerweile gibt es ja schon wirklich so viele. Schaut mal in Facebook, sucht einfach Potluck, Hamburg, Potluck, in welcher Stadt auch immer ihr lebt oder Dorf. Mittlerweile gibt es ja echt in jeder Region, auch wenn du irgendwie dann Franken oder Bayern eingibst und da gibt es überall schon Gruppen und Leute, die sich wirklich, denkt man gar nicht genau. Die Lust haben sich zu treffen. Ja. Ja. Also, du bist auf jeden Fall nicht allein, wenn du dieses Video schaust und ja, schalte gerne beim nächsten Video wieder ein und noch ein, ja, alles, alles Liebe für dich. Genau. Ja. Ciao.